Was ist die Klinik für Kinderkardiologie? Wir haben die Möglichkeit, mit wissenschaftlichen Verfahren unsere Therapie der angeborenen Herzfehler zu unterstützen. Ich spreche da nur die mitwachsenden Herzklappen an und wir können auf diese Art und Weise zwischen den neugeborenen kritischen Herzfehlern im neugeborenen Alter, aber auch den Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern die gesamte Bandbreite der Therapie für diese Patienten anbieten. Ja, die Bandbreite. Was haben Sie zu bieten? Ja, wir haben zu bieten, wie gesagt, die Chirurgie der kritischen Herzfehler im neugeborenen Alter. Wir haben die gesamte rekonstruktive Chirurgie des Ortenbogens zu bieten. Wir haben Single-Ventrige Chirurgie zu bieten, aber auch die gesamte Palette der interventionskardiologischen Verfahren, wie wir die eben auch für die kleinen und die großen Patienten benötigen. Und das Gute ist, dass wir alles in einem Hause gewissermaßen den Patienten anbieten können, in enger Kooperation mit den anderen Abteilungen des Hauses, zum Beispiel der Klinik für Kardiologie und der Klinik für Herz-Torx-Gefäßchirurgie und Transplantationschirurgie aus der MHH. Was können Sie natürlich zusammen mit Ihren Kollegen, was andere nicht können? Wir können sicherlich sehr profitieren von dem universitären Arrangement, was wir haben. Die Möglichkeit, mit allen Abteilungen des Hauses kooperieren zu können, den Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern eben auch eine kompetente Frauenheilkunde anzubieten. In jedem Bereich praktisch jedes sich auftretende, jedes auftretende medizinische Problem mit höchster Kompetenz versorgen zu können. Das ist sicherlich sehr, sehr ungewöhnlich und das ist etwas, was uns gegenüber Herzzentren zum Beispiel sicherlich ein Stück weit in eine gute Position versetzt. Alle Fragen zu jedem Zeitpunkt wirklich beantworten und auch therapieren zu können. Sie selbst sind Spezialist für sogenannte bildgebende Diagnoseverfahren. Was ist darunter zu verstehen und wie weit gehen die Möglichkeiten? Nun, in der Vergangenheit ist die Bildgebung in der Kardiologie angeborener Herzfehler überwiegend die Echokardiografie gewesen und die Herzkatheterdiagnostik. Das hat sich in den letzten 10 bis 15 Jahren zunehmend geändert. Man setzt die Echokardiografie natürlich immer noch als erstes Verfahren ein. Aber insofern es darum geht, herzferne Strukturen darzustellen, aber auch Herzfunktionen zu erfassen, sind andere Verfahren mittlerweile in das Zentrum gerückt. Und dazu gehört die Magnetsresonanztomographie, dazu gehört aber auch die CT-Diagnostik und viele andere Verfahren, die dazu geeignet sind, oftmals auf nicht-invasiven Wege doch wesentlich genauere Informationen über den Patienten zu erhalten, als das mit der klassischen Herzkatheterdiagnostik oder auch der Echokardiografie möglich ist. Ja, Sie sagen es. Der technische Fortschritt, aber auch die Forschung und die Entwicklung neuer Behandlungsmöglichkeiten haben in den letzten Jahren riesige Schritte gemacht. Wohin geht's? Wo steht dann besonders Ihre Klinik? Also ich denke, wie gesagt, der Trend in der Diagnostik geht sicherlich dahin, immer mehr quantitativ zu werden, immer mehr Zahlen auch zu erfassen und nicht nur globale Eindrücke. Der Trend geht dazu, ohne in den Menschen hineinzugehen, diese Informationen zu erhalten. Der Trend geht dazu, immer mehr auch diese Informationen zur Planung zu benutzen. Und das, was man letztendlich am Patienten dann tut, also über den Herzkatheter als Intervention oder über die Operation im Operationssaal oder auch durch kombinierte Verfahren, dass man im OP kathetert oder im Katheterlabor operiert, sogenannte Hybridverfahren, das wird sich immer mehr entwickeln. Es wird immer mehr Kooperativität geben. Es wird immer mehr abteilungsübergreifende Problemlösung. Das werden diese komplexen Patienten auch unbedingt brauchen. Das ist die Zukunft. Und in der Forschung ist es sicherlich, dass man eben ganz andere Wege gehen wird, um Herzfunktionen durch eigenes Gewebe wieder zu regenerieren. Das ist sicherlich ein ganz aufregender Bereich, da hier in der Hochschule in Hannover, in der Medizinischen Hochschule, mit ganz besonderer Intensität auch verfolgt wird. Ja, Stichwort Spezialisierung. Die schreitet, wie Sie ja selbst sagen, immer weiter fort. Wird irgendwann der Zeitpunkt erreicht, wo eine Klinik gar nicht mehr alles kann, wo die Zusammenarbeit auch zwischen verschiedenen Zentren immer stärker sein muss? Ich denke, diese Frage stellt sich mehr für die Herzzentren, also Organzentren, die gewissermaßen für ein Organ das komplette Armatorium auch tatsächlich anbieten. Wir meinen an der Medizinischen Hochschule, dass ein ganz wichtiger Schritt dagegen ist, Herzzentren innerhalb eines Universitätsklinikums anzubieten, sodass man eben doch tatsächlich über die reine Herzfunktion und Herzmedizin hinaus doch die gesamte Bandbreite der Probleme abdecken kann. Das wird in Zukunft immer wichtiger werden, ganz besonders dadurch, dass eben immer mehr Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern auch spezifische Nachbehandlungen brauchen, Operationen brauchen, Interventionen brauchen. Die bringen aber vielfach auch andere Probleme mit und da muss es auch Antworten geben. Hier müssen abteilungsübergreifende Kooperationen geschlossen werden und das ist das, was man eben versucht, wenn man sich auch als überregionales Zentrum für solche Patienten zertifizieren lässt, sogenannte EMA-Zentren und hier sind wir auch froh, jetzt auch eine entsprechende Zertifizierung vorweisen zu können. Der Begriff Kinderherzzentrum ist nicht geschützt. Woran können Patienten und ihre Eltern für die Patienten erkennen, wo sie richtig aufgenommen sind? Wie finden Sie die richtige Klinik? Also es ist unbedingt auch die Infrastruktur und während der Begriff tatsächlich nicht geschützt ist, das mag man bedauern oder nicht, aber es ist ja auch in dem Sinne jetzt kein Markenname, es ist einfach doch so, dass die Voraussetzungen immer deutlicher werden und auch, sage ich mal, in den Regierungsbehörden doch immer mehr auch erkannt werden als solche. Es gibt ja in dem gemeinsamen Bundesausschuss zum Beispiel, der ganz konkrete Vorgaben eigentlich auch formuliert hat, wie ein solches Kinderherzzentrum aussehen soll, also dass es unabhängige Herzchirurgenteams mehrere geben sollte, dass also 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr praktisch jede Notfallmedizin angebunden werden können muss, wie diese Patienten, dass Herzkatheterlabore vorgehalten werden müssen, dass sie entsprechend auch ausgebildeten, kardiologisch ausgebildeten Intensivkapazitäten da sind und vieles mehr. Und dadurch ist schon, sage ich mal, strukturell eigentlich ganz gut definiert, was man eigentlich haben sollte, wenn man seriös und wirklich in guter Qualität und mit guten Ergebnissen diese sehr schwierige Medizin anbieten möchte. Gut, Hannover kann all das bieten, aber wir stehen hier auf dem Innenhof der Kinderklinik und wenn man so ein bisschen den Blick schweifen lässt, es ist ein altes Gebäude. Eigentlich brauchten Sie eine neue Klinik, oder? Wir würden uns sehr, sehr freuen über eine neue Klinik. Und ich denke, das würde nochmal weitere Energien freisetzen und eben auch im Sinne der Kooperation, die Räumlichkeiten, die Infrastruktur. Das würde vieles sicherlich erleichtern. Allerdings haben wir natürlich die glückliche Situation, dass das Präsidium jetzt mit dem Ausbau der Abteilung eben auch wesentliche Ressourcen auch jetzt schon zugesagt hat. Wie Sie genau wissen, werden wir umbauen dürfen. Wir dürfen das alte, also auch nochmal im Vorgriff auf die neue Klinik, gründlich sanieren und renovieren. Wir tun das. Wir bauen Mutter-Kind-Einheiten, die wir jetzt schon, sagen wir mal, anbieten, aber mit Mühe und in Zukunft können wir das eben relativ gelassen und gut tun. Wir haben ein neues Herzkatheterlabor bekommen. Wir werden ein neues Kernsmetomographiegerät bekommen und vieles andere mehr, sodass wir auch jetzt glücklicherweise schon in einer äußerst günstigen Situation sind, was die Aufgabe des Ausbaus angeht, insbesondere auch bezogen auf die Erwachsene mit den angewohnten Herzfehlern in der engen Kooperation mit Professor Bausachs aus der Kardiologie. Aber die neue Klinik, Sie sagen das ganz richtig, wird nochmal ganz andere Möglichkeiten freisetzen. Und wir werden irgendwann auch räumlich einfach wachsen müssen, weil wir auch jetzt schon eine ansteigende Nachfrage spüren. Und dann wird die neue Kinderklinik wahrscheinlich genau zum richtigen Zeitpunkt diese neuen Energien auch in sich aufnehmen können und für unsere Patienten auch dann entsprechende Angebote ermöglichen. Gut, da wollen wir uns alle für engagieren. Und die kleinen Herzen sind natürlich auch dabei, wenn hier umgebaut wird. Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank.